Und über eine lange Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia und sprach, Gehe hin und zeige dich Ahab. Und Elia ging hin. 1. Könige 18, Verse 1 und 2. Was war das für ein entsetzlicher Gang? Drei Jahre lang hatte der Herr den Propheten Elia heimlich verborgen. In dieser Zeit hatte der abgöttische König Ahab alles aufgeboten, den Mann Gottes zu finden, den er glühend hasste. Er wollte ihn umbringen. Elia aber war in Gottes Hand geborgen. Doch nun lässt der Herr den Elia los. Gehe hin und zeig dich Ahab. Das hieß ja, in die Höhle des Löwen gehen. Das hieß ja, seh in den Auges in den Tod laufen. Und Elia ging hin. Man ist versucht hier von der herrlichen Furchtlosigkeit eines starken Mannes zu reden. Aber ich glaube gar nicht, dass Elia furchtlos war. Ich bin überzeugt, dass auch in seinem Herzen Angst und Schrecken lebten. Aber, und das ist entscheidend, er gab dieser Furcht nicht nach. Er überwand die Natur. Das ist eine wichtige Seite des Evangeliums. Es gibt die Kraft, die eigene Natur zu überwinden. Als die schöne Frau Potiphar den jungen Josef verführen wollte, walte dem gewisses Blut, aber er gab dem nicht nach, sondern sagte, Wie sollte ich ein so großes Übel tun und wieder Gott sündigen? Überwindung der Natur Als Jeremia zum Propheten berufen wurde, sah er im Geist die Nöte, in die ich solche Berufung ihn führen musste, und wendete erschrocken ein. Ich bin zu jung. Aber dann ging er doch als Bote des lebendigen Gottes gegen eine Welt an. Überwindung der eigenen Natur So etwas wird möglich durch Jesus, der unsere alte Natur in sein Sterben mit hineinnimmt, auf das wir mit ihm neu leben. Herr, mache uns frei von uns selbst und reinige du uns. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Vielen Dank. Daniel. Daniel. Amst du 있고요. Zuhaarbox. Es tut. photographer. Du bist. Guskutter denk. Y europé mãoz. famous coisas. haltung.